Millionen Menschen sind sauer, weil die Bahn nicht fährt und das geht jetzt noch so bis Freitag, 18 Uhr. Muss das wirklich so sein? Ja, das ist das letzte Mittel im Arbeitskampf, im Streik den Bahnvorstand dazu zu bewegen, die Menschen hier nie weiter zu veralbern und seine eigenen Beschäftigten zu veralbern. Wer jemanden 35-Stunden-Woche anbietet unter Lohnverzicht, das sage ich, das ist schon seit zehn Jahren im Tarif verankert. Das haben wir also schon die ganze Zeit und es hat nichts mit unseren Forderungen zu tun.